Also mir gefällt total gut, dass der Phileas Eishockey spielt bei den Vorarltenkings, weil der Team Spirit einfach total super ist. Wir haben vorher gar nichts zu tun gehabt mit dem Sport Eishockey, aber er ist total super aufgenommen worden in der Gemeinschaft und er ist total begeistert von dem Sport. Er ist auslaufen, hat sich total verbessert in der ersten Saison, er geht wahnsinnig gerne hin oder er ist total gerne ins Training gegangen und das zweimal in der Woche, total motiviert und ich bin immer sicher, es liegt am Team Spirit und dass er aufgenommen worden ist in dieser große Familie und dementsprechend bin ich auch begeistert vom Team und vom Sport. Was mir darauf fällt, dass mein Kind Eishockey spielt, ist in erster Linie, dass er gefällt. Also wenn man mit Sicherheit darauf hingeht, an den sportlichen Aspekten wie Koordination, Ausdauer, Kraft, auch noch weitere Dinge dazukommen, die für das Leben sind. Er lernt Teamgeist, Einsatzbereitschaft, auch eine gewisse Disziplin dabei, gemeinsam im Team lernen die Kids gewinnen oder auch verlieren und das bildet auch den Charakter für das Leben aus. Und ich glaube, am meisten soll das, dass er einfach Spaß macht.